halli hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu the last of us part one wir sind immer noch mit bill und ellie unterwegs um teile für ein auto zu finden damit wir das fit machen können um von hier wegzukommen ich habe aber hier in diesem haus gerade kurz hinter der kirche habe ich dieses tagebuch gefunden und das lesen wir jetzt erstmal würde ich sagen 4 oktober jetzt ist es offiziell die schule bleibt bis auf weiteres geschlossen also ist dieser ausbruch doch zu etwas gut keine schule keine hausaufgaben also mir passt das gut also was soll ich mit der ganzen freizeit anfangen fünfter oktober mom und dad haben gestritten irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien offenbar will mom weg zu ihrer schwester der zeigt es sei hier sicher und dass der ausbruch unserer stadt nicht erreicht 6 oktober dad hat mich angebrüllt weil ich radio gehört habe er sagt die nachrichten seien unsinn mom hat ihm zugestimmt und seine tapfere mine aufgesetzt aber ich merke dass sie angst hat sie haben beide angst 7 oktober ich glaube dad hat ein schlechtes gewissen wegen gestern gadget hat in meinem bett geschlafen und dad hat nichts dazu gesagt er kam rein hat ihn gestreichelt gesäufzt und ist wieder verschwunden so habe ich ihn noch nie erlebt 10 oktober letzte nacht hat dad mom getröstet tante karen ist tot das habe ich jedenfalls gehört glaube ich beim frühstück waren alle ganz ruhig als ob nichts passiert wäre ich habe mitgespielt 15 oktober officer jones kam vorbei und hat sich mit dad unterhalten naja eher geflüstert so etwas passiert derzeit öfter danach hat dad uns gesagt dass wir die stadt verlassen müssen in ein neues heim das militär beschützt uns ich darf nur eine tasche mitnehmen mom saß einfach nur da 16 oktober da wo wir hingehen sind keine haustiere erlaubt wir sind mit gadget an den stadtrand gefahren ich habe ihm sein halsband abgenommen und ihn laufen lassen auf der rückfahrt sagte dad ständig dass es ihm gut gehen werde er gehört in die freie natur schon klar 17 oktober es ist soweit dad sagt wir wären bald wieder zurück ich glaube er lügt dass er das einsteckt öffne das garagentor mit bill ja ja ich gehe ja schon hey hey you got a second what is it yeah i just want to say i'm sorry about test that's it i won't bring it up again you don't need to worry about me ich will check on bill okay süß ja krass dass man solche szenen verpasst wenn man einfach hier nicht hoch geht oder so ne war schon sind schon viele viele szenen noch am rand auch zu entdecken heute ganzen schulbusse krass da drüben ist auf jeden fall die schule da wollen wir hin na gut dann machen wir mal das garagentor auf ist klar come on wo müssen wir hin da drüben zu dem truck oder was zu dem grauen kasten da oder was die können einen aber sehen oder wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin scheiße fuck ah shit das ist ja super gelaufen scheißdreck na großartig haben die überhaupt nichts dabei scheiße nicht mal ein paar patronen na großartig nach sch und und auf Geh doch da hoch, du Vollidiot! Scheiße. Shit, wo soll ich denn hier hinlaufen? Scheiß Dreck! Mann ey! Ja, das war einfacher als ich dachte. Sie müssen sich holen auf irgendwoher. Nun, wir testen unseren Blick. Wie gehen wir in? Ich bin auf der Seite. Okay, ich hab die wirklich alle killen müssen, sonst wäre ich da wahrscheinlich... Obwohl... Ah, keine Ahnung. Bin mir nicht froh, dass ich die anderen vorher schon gekillt hab. Die drei sind schon ein lustiges Trio, ne? Die drei sind schon ein lustiges Trio. 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 Bill, woher du bist? Bill, woher du bist? Bill, woher du bist? Anywhere, aber hier. Du bist der Haulass, komm mal. Bill, woher du bist? Bill, woher du bist? Bill, woher du bist? Bill, woher du bist? Bill, woher du? Scheiße. Alter. Ich hab aber auch kein Glück, ne? Ich dachte, es geht da hoch. So eine Scheiße. Mistviecher. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schaff's nicht ein einziges Mal, mich an den Dingern vorbeizuschleichen. Es darf echt nicht wahr sein. Mann. Yes, neue verbesserte Keule, das ist immerhin gut. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Willst du mich verkohlen? Nein. Nein. Also ehrlich. Ich glaub, die Schule ist nicht so mein Ort. Ich schaff's hier echt gar nicht, mich vorbeizuschleichen irgendwie. Alles noch dekoriert hier, ey. Let's go, Eagles. Die Eagles gehen wir nirgendwo mehr hin. Oh, Scheiße. What the fuck? What the fuck is that? It's a goddamn blower. What? Ellie, take cover. What the fuck is it throwing at us? Ellie, just stay away from it. Das macht mich nur noch nicht auf. Beauty. Oh, fuck. Das war gerade irgendwie aber auch ein lustiger Bug, dass er da einfach gestanden hat und sich nicht mehr bewegt hat. Und wir haben wieder eine Ladesequenz. Das ist neu. Sofort. Ich sammle hier erst noch Munition ein. Die kann ich nämlich wirklich, wirklich gut gebrauchen, mein lieber Bill. Und die nehme ich auch wieder mit hier. Ach du Scheiße. Yo, das sieht richtig eklig aus. Hm. So viel Klebeband, ziemlich eindeutig. Okay. Let's go, people. All right. Oh, my dear. All right, come on. Joel, behind you! Son of a bitch. Holy shit. I got it, I got it. You're down to the last one. Finish it off already. I fucking hate those things. All right, you got it. Let's go. Come on up. Immerhin kann ich ab und zu nochmal so einen Kopfschuss verteilen. Was ein bisschen Munition spart. Pull me up. Pull me up. This way. Scheiße. Weg mit dir. Yes. Danke, Ellie. Okay. Los, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Fuck. Wie gut die Glastüren halten, wissen wir ja. Okay. I'll go check out this side of the house. Bill? Somebody had the same idea. They stole my shit. Well, then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take this job. Don't you bring Tess into this. She could shove it right up. There's nothing to do with... Jesus. Fuck. What, do you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. Oh, fuck. He's the only idiot that would wear a shirt like that. He's got bites. Here. And he... I reckon he didn't want to turn, so he'd... Yeah, guess not. Well, fuck him. Look what I found. It's got some juice in it. That's my battery. That fucking asshole. Get out. Get out. Okay. Jeez. Batteries drain, but... Cells are alive. Meaning? Meaning. We push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. Mhm. What are you thinking? Thinking you drive and we push. Geil, die Freude in ihrem Gesicht. So schön. That's more of my stuff. Tja. So what? You just gonna steal my shit and run off? Is that it, Frank? You should probably search the house. I'm sure there's more supplies. That's a good idea. Let me know when you're ready to finish this thing. I'll give you a holler. Yo. Nett. Voll die Fratze, ey. Krass. Na, was haben wir denn hier noch? Well, Bill. Ach, Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese scheiß Stadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben. Und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast. Ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Was für ein Arschloch. Ups. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Na ja, immerhin lohnt sich das hier noch. Als siehst du aus. Na ja. Da steht wieder ne Vase. Na, Ellie? Bock zum Umschmeißen? Ein paar von diesen Pillendosen findet man echt richtig, richtig wenig, ne? Ich hätt's ihm nicht gegeben. Bringt doch nix. Fuckin' Idiot. You ready to go? Ja. Das ist ein Pohlen. All right. Let's do it. Put her in first. I already did it. Just keep your foot on the clutch. And when we get to... I know how to pop a clutch. How the hell... You know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie. Get ready. Boah, was für ne geile Lichtstimmung. Der Hammer. Na komm, schon jetzt aber. Over there, look out. Shit. We're good. Back to the truck. We gotta go faster. Look, if we just make it to the hat, just get it over there. To your right. Fuck. Kann ich denn... ...auf die Distanz daneben schießen? We don't have much time. Back to push it. Ich hab nur noch vier Schuss. You know you told me. Hey, on the other side to your left. It's coming for you! Oh, stopp. Die nehm ich mir mit. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Yo, fuck. Weg hier. Fuckin' fuck. Oh. Oh. All right. This'll do. Stopp. Just keep her runnin', all right? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh, oh. Uh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, uh, about your buddy back there, uh, that's a tough deal. And I'm, uh, we square. We're square. Then get the fuck out of my town. Ha, 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 ha. What? Also manchmal, ne? Versteh ich's nicht. Was war das denn gerade für ne Blende? Ich hab nichts gedrückt oder so. Oh, man. Hey, what happened to sleeping? Okay. I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Uh, back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh. I'm sure your friend will be missing this tonight. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Well, Ellie, that ain't for kids. Whoa. How the hell would you even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Um. I'm just fucking with you. Bye-bye, dude! You know what? This isn't that bad. A good one. Why don't you try to get them, sweetie? Right? I'm not even tired. Hehehe, schöne Blende. Oh, no, no, no. Well, perfekt. Oh, I... Screw it. Easy! Please! Holy shit. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Illy. Well, what about the guy? He ain't even hurt. What? Oh, my God! Oh, my God! Holy fuck. Aber ein ziemlich gutes Setup. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Then get out. Quick! Come here! Shit! Let go of me, you chicken shit! Fuck. Go! Oh. Ohelch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vielen Dank.